Über den Dächern von Berlin, zwischen Kudamm und Zoologischem Garten, genießen Sie einen freien Blick aus den Fenstern oder vom Balkon Ihrer 58 Quadratmeter Wohnen. Helle und offene Farbtöne kombiniert mit einem kräftigen Rot und vielen dekorativen Details lassen in der praktischen Wohnung Funktionalität und Gemütlichkeit ineinander übergehen. Die kleine Küche mit angeschlossenem Abstellraum verfügt über eine moderne Ausstattung als Alternative zu den unzähligen Cafés und Restaurants der Umgebung. Ein separates WC auf dem Flur ergänzt das Bad am Schlafzimmer. Ein Bad im Sonnenschein mit Blick zum Fernsehturm. Besser geht's nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017